Unter 360 gehe ich auf keinen Fall Ich kann den ganzen Tag so weitermachen 350, letztes Wort Kann ich auch 360, mein letztes Wort 350 Ah, okay, hält, hält, ich hab das doch geschafft Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall Unter 360 Ach, um Himmels Willen Sie liegen 10 Yuan auseinander Wissen Sie was? Ich zahl die Differenz Ziehen Sie es mir ab Können Sie jetzt bitte mal zum Schluss kommen? Was? Eine Frechheit Wie bitte? Es sind 10 Yuan, das ist... Nichts, oder? Nichts? Nichts? Sie verstehen nichts Es geht nicht ums Geld Es geht um Respekt Scheiße, Puta Du hast mir das Gesicht genommen und bist drauf rumgetrampelt Ich habe kein Gesicht mehr Siehst du da auf dem Boden? Das ist mein Gesicht Nein, ich werde nicht das Gesicht verlieren wegen so einer Dupa Ich zahle den vollen Preis Was war das gleich? 1200 Yuan? Hier, bitteschön, den vollen Preis Sie können ruhig öfter kommen Ich... Das war nicht... Was? Was ist denn passiert? Ihre kleine Show hat mir gerade 800 eingebracht Gute Arbeit Vergessen Sie es Womit kann ich Ihnen dienen? Was immer Sie wollen Ich mache Ihnen einen absoluten Sonderpreis Ah, jetzt können wir hiermit... Das ist... Wie hieß es denn? Okay, warte mal Bei Jiu Äh, diese Flasche Bei Jiu Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack Feinster chinesischer Schnaps Sehr repräsentatives Geschenk Destilliert aus Rundkornreis aus Wuchang Und seltensten Samen der Hiobsträne Aus den grünsten Tälern der inneren Mongolei Mit gereinigtem Wasser aus einer uralten Oase der Wüste Gobi Tut mir so leid Kommt mir irgendwie bekannt vor Wie meinen? Ach nichts Wie viel? Da Sie mir geholfen haben, mache ich Ihnen einen ganz speziellen Preis Normal kostet er 20.000 Yuan Aber Sie sollen ihn für 5.000 bekommen Großzügig Aber trotzdem etwas habe ich Können Sie mir nicht einen spezielleren Preis machen? Was? Sind Sie verrückt? Rundkornreis aus Wuchang Mongolische Hiobsträne Gobi-Quellwasser Schon klar Aber nein, danke Hä? Haben Sie sich's überlegt? Eine so feine Flasche Schnaps zu einem so günstigen Preis Finden Sie im Backsteinviertel sonst nirgends? Nö, zu teuer Ah, okay, wartet mal Die hat jetzt einen Preis von 5.000 gemacht Ist im chinesischen Markt Aber es ist eine Mischung aus allem und jedem Dann gehen wir mal zurück zu dem hier Und wieso verkauft die Frau da drüben genau den gleichen Schnaps für nur 5.000 Yuan? Was? Diese miese, unehrliche Diebin Wir hatten uns extra auf einen besonderen Preis geeinigt Ähm, die verkauft eine billige Fälschung Hergestellt aus miesestem synthetischen Reis Und statt mit Wasser mit Importplörre aus dem All Aber sie soll nicht leiden Wegen ihrer Unehrlichkeit und Gaunerei Ich verkaufe ihnen diese Flasche für 3.000 Yuan Von 20.000 auf 3.000 Ein Sonderpreis Nur für sie Nur heute Ist aber immer noch zu teuer Das ist mein letztes Angebot Ich zahle sowieso schon drauf dabei Okay Dieses Pfeilchen Geht jetzt nochmal mit ihr reden? Ich habe eine andere Flasche Schnaps gefunden Der gleiche wie ihrer Aber billiger 3.000 Yuan Was? Unmöglich Keiner verkauft diesen Schnaps für weniger als 15.000 Yuan Das muss eine andere Marke sein Genau die gleiche Also eine Fälschung Wir sind im Backsteinviertel Hier wird überall gefälscht Natürlich nicht hier Bei mir ist alles legal Alles was sie auf dem Tisch sehen ist echt Sicher Für mich sah das identisch aus Und da ich den Unterschied nicht erkenne Warten sie, warten sie Ich gebe ihnen die Flasche für Für Zwei Ich kann nicht glauben, dass ich das sage Zwei 2.000 Yuan Perfekt Diese Kinder Sie verhandeln knallhart Also Ich hoffe es macht sie glücklich, dass meine Kinder heute Abend nichts zu essen bekommen Das ist schrecklich Aber damit kann ich leben Sie sind eine gnadenlose Verhandlungspartnerin Davor habe ich Respekt Gut, jetzt haben wir die Schnappe bei B-b-b-b-chichu Was wollen sie? Das heißt Dann gehen wir mal zurück zu Queenie Und hoffen, dass das jetzt funktioniert So, da haben wir es auch schon Das ist eine Flasche, äh, bei Jiu Seltene Samen, sauberes Wasser, handgepflückt, destilliert aus, aus seltenem Reis Und den anderen Sachen, halt Das sehe ich Tut mir leid, aber Flaschen mit billigem bei Jiu bekommt Queenie viel Der ist nicht billig, ehrlich Das ist eine wirklich kostbare Flasche Schnaps Ich meine, sehen Sie sich das Preisschild an, 30.000 Yuan Sie sind hier im Backsteinviertel Preisschilder sagen wenig aus Ein Moment, bitte Ja, Madame? Das eignet sich als Geschenk, vielen Dank Sie können jetzt hinübergehen Madame erwartet Sie Legen Sie Ihr Geschenk einfach auf den Tisch und gehen Sie durch Sie erwartet Sie Danke Ok, wir haben es auf den Tisch gestellt, jetzt können wir weitergehen Schön leise auftreten, junge Dame Die Erschütterungen stören mich Ups, sorry Psst Und auch nicht reden Wir haben heute zu Aber wenn mein Mädchen Sie durchgelassen hat, scheinen Sie ja ein legitimes Anliegen zu haben Ähm, hallo Ja, kann man sagen Ich höre Ich bin beim Wahlkampfteam der Uminska Uminska, Lea Die Einheit? Ich kenne die Sozialdemokraten recht gut, Mädchen Dann arbeiten Sie also mit Baruti Mafane zusammen Er ist ein netter Mann Aufrichtig Man merkt ihm an, dass er an seine Sache glaubt Tun Sie das auch? Äh, was? Weshalb sind Sie in die Politik gegangen, junge Dame? Zoe Castillo Ich bin, äh, in die Politik gegangen, weil Ich will etwas bewirken und hatte Zeit übrig Aber im Prinzip weiß ich gar nicht, weshalb ich bei der Kampagne gelandet bin Ich bin noch nicht mal sicher, ob es etwas ist, das ich tun will oder tun sollte Ich weiß eigentlich gar nicht genug über die Politik in Europolis, um eine sachkundige Entscheidung zu treffen Trotzdem bin ich hier Ob ich das sagen sollte? Zum Teil, weil ich etwas bewegen will Das mag nicht die ganze Geschichte sein Nicht meine Hauptmotivation Nicht mal die ehrlichste aller Antworten Aber es stimmt, ich will etwas bewegen Irgendwie Es ist peinlich, aber zum Teil ist es deswegen, weil ich Zeit übrig hatte und etwas Nutzbringendes damit anstellen wollte Es ist nicht so, dass ich voll hinter dieser Politik stehe, aber es schien mir ein geeignetes Ehrenamt zu sein Ich will etwas bewirken und hatte Zeit übrig, aber im Prinzip... Ich ähm... Ich war nie sehr politisch, aber es scheint etwas dran zu sein Für viele Leute Wenn ich höre, wie Baruti von ihr spricht, kann ich nicht umhin zu glauben, dass sie die richtige Frau für den Job ist Und dass die Sozialdemokraten dazu beitragen können, dass man in Europolis besser leben kann Warum die Uminska? Vielleicht wäre die ehrlichste Antwort, dass ich es nicht weiß Es ist eben die Kampagne, bei der ich gelandet bin Sie ist sicher besser als Kaiser Wolf Vermutlich besser als Peter Gross und die amtierende Regierung Und ich glaube kaum, dass die Marxisten in absehbarer Zeit zu Potte kommen Egal, was Nela sagt Allmählich glaube ich viele... Ich glaube an sie Ich nehme an, sie sind gekommen, um mir zu erzählen, wie sehr sie an Lea Uminska glauben und mich zu überreden Sie vollstens zu unterstützen Ich kann nicht verkaufen Das bin ich nicht Ich bin nicht Baruti Mein Glaube an die Uminska und die Partei ist nicht stark genug Und vielleicht wird Queenie merken, dass es mir an Überzeugung mangelt Und ich habe nichts zu ver... Ich kann nicht verkaufen Das bin ich nicht Ich bin nicht Baruti Mein Glaube an die Uminska und die Partei ist nicht stark genug Und vielleicht wird Queenie merken, dass es mir an Überzeugung mangelt Und dann sind wir die chinesischen Stimmen los und Baruti sein Job Ganz toll, fantastisch Ich habe nichts zu verlieren Es wird Zeit, große Geschütze aufzufahren und die Dinge beim Namen zu nennen Oh Gott, ich kann sowas nicht Aber mal ehrlich, weshalb sollte irgendjemand was anderes wählen wollen? Besonders, wenn die wahrscheinlichste Alternative Kaiser Konstantin ist Vielleicht käme die aggressive Verkaufstur unehrlich rüber Sie scheint mir jemand zu sein, der Ehrlichkeit mehr schätzt als alles andere Nein, ach was, ich versuch's gar nicht erst Es wird nicht aufrichtig und ehrlich genug klingen für sie Baruti hätte hier kommen sollen, nicht ich Ich bringe das hier einfach bloß so schnell wie möglich zu Ende und gehe wieder Vielleicht käme die... Wollen Sie, dass Konstantin Wolf Europolis regiert? Ich möchte wissen, was Sie wirklich auf dem Herzen haben Senorita Castillo Wonach suchen Sie? Seien Sie ehrlich zu sich selbst Vielleicht suche ich gar nicht so sehr nach dem Sinn Sondern ich sehne mich einfach danach, irgendwo hinzugehören Zu jemandem Frieden zu finden Annehmen zu können, wer ich bin, wo ich bin Zufrieden zu sein Ich glaube, was ich tatsächlich suche ist eine Art Sinn hinter all dem Die Verschwörung, das Koma, die bruchstückhaften Erinnerungen All das Ich will, dass das alles einen Sinn ergibt Und ich will nicht länger das Gefühl haben, dass ich meine Zukunft nicht selbst bestimmen kann Ich vermisse meinen Dad Ich vermisse... Was? Casablanca? Nein, das nicht Und auch nicht das, was ich mal war Wehleidig, zickig Ich bin froh, dass ich jetzt anders bin Aber trotzdem vermisse ich etwas Ich bin mit dem, was ich war und dem, was ich werden könnte, noch nicht im Reinen Was mich möglicherweise am meisten ängstigt ist Dass ich mich nicht erinnern kann Nicht genau weiß, was mit mir passiert ist Mit den Menschen, die mir wichtig sind Mir über vieles so im Unklaren bin Nicht mal mir selbst kann ich trauen Denn manchmal fühle ich mich wie eine Schwindlerin Eine Betrügerin Mit oder ohne Erinnerung Können wir wahrhaftig wir selbst sein? Ich will mich daran erinnern, was mit mir passiert ist Vor dem Koma Na also War doch gar nicht so schwer, oder? Tut mir So 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 leid Das war wirklich unpassend Ich weiß nicht einmal, wieso ich Wirklich unpassend Nicht die Spur Nun weiß ich, wen ich vor mir habe Wollen wir jetzt über Politik reden? Im Ernst? Ähm Ja, ist gut Also wir Lea Uminska, die Sozialdemokraten Sie haben sich gefragt Würden sie Die Uminska und die Sozialdemokraten bei der Wahl unterstützen? Schon klar Ich denke darüber nach Wissen Sie Zoe Der Status Quo Ich will zwar nicht in die Quere kommen Aber auf die Nerven gehen Bleiben noch ihre Sozialdemokraten Sie wären der Kompromiss Gewöhnlich verabscheue ich Kompromisse In diesem Fall jedoch Sind die Extreme Wenig attraktiv So sieht die Sache also aus Beweisen Sie mir Dass Ihrer Partei etwas an dieser Gemeinschaft Und den Menschen darin liegt Und Sie haben meine Unterstützung Gut Okay, schön Wie beweise ich Ihnen das? Das Ei versucht immer erfolgreicher Unerwünschte Elemente von den Straßen zu vertreiben Was allerdings nicht bedeutet Dass sie einfach verschwinden Es gibt eine Stadt Unter der Stadt Bevölkert von denen Die durch die Ritzen gefallen sind Menschen ohne Obdach Ohne Identität Alte Junge Kinder Da gibt es ein Mädchen Ein junges Mädchen Hannah Roth Ich stand in Kontakt mit ihr Aber jetzt ist sie verschwunden Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen Ich bin in Sorge, dass Helfen Sie, Hannah Finden Sie sie Sagen Sie ihr, dass Queenie sie sucht Wenn Sie können Bringen Sie sie zu mir Wenn nicht Sorgen Sie einfach dafür, dass es ihr gut geht Wenn Sie das für mich tun Reden wir weiter über Politik Ich tue mein Bestes Aber Wo fange ich an? Nelav Cech Sie verkauft Essen Oh, der Gastronomiebereich außerhalb des Sechadri Towers Verzeihen Sie aber Ich kenne Nela Sie ist eine Freundin Wie seltsam ist das denn? Ohne Zufall Keine Geschichte Es war wohl richtig, sie zu fragen Die im Schloss lebt Hannah sagte, sie habe ab und an etwas für Nelav Cech erledigt Was genau, weiß ich nicht Lieferaufträge vielleicht Ich fange bei Nela an Ich melde mich, sobald ich etwas weiß Vielen Dank, Miss... Queenie genügt Meinen alten Namen habe ich zurückgelassen Den brauchte ich nicht mehr Sie sagte, es gäbe so viele verlorene Menschen da draußen So viele obdachlose Kinder Was macht diese Hannah so besonders? Sonderbar, dass sie ihren richtigen Namen nicht benutzen will Ich frage mich, warum Sieht aus, als wollte sie sich wieder an die Arbeit machen Und ich sollte das auch tun Also, wir sprechen uns bald wieder Ich verlasse mich darauf Zoe Castillo Okay Gehe zu Nela Über Han Gehe zu Nelas Imbiss und spreche mit Hannah Über Hannah Ich kann nicht lesen Auf jeden Fall mit einem neuen Charakter Eintrag Tagebuch-Eintrag Spät Nachmittag, so etwa Wenn ich alt bin, will ich Queenie sein Ich will nicht nur sein, wie sie Ich will sie sein Mit fliegenden Teetassen und allem Ich meine, wie geil ist das denn? Fliegende Teetassen Mehr brauche ich nicht, wenn ich alt bin Außerdem ist sie unglaublich aufmerksam Und ihr Verstand ist scharf wie ein Käsemesser Damit schneidet sie den Käse des Lebens in Scheiben Ich weiß nicht, wie sie mich so schnell dazu gebracht hat, mich zu öffnen Ich sehe mich gerne als zurückhalten Und versteckte mich hinter Unbeholfenen Witzchen und Worten Aber BÄM! Hat keine fünf Minuten gedauert Und sie hat mich geknackt Wenn Roman nur annähernd so wäre wie sie Wären wir seit Monaten durch Und dann fragte sie mich, was mir wirklich wichtig sei Ich habe ihr gesagt, ich will mich wieder erinnern Und so ist es Ich hasse das Gefühl, ein großes Stück meines Lebens verloren zu haben Und mir ist, als gäbe es etwas in diesen verlorenen Erinnerungen, dass ich mir ins Gedächtnis zurückrüfen muss Damit es wieder vorwärts geht Vielleicht war es auch bloß ein cleverer Taschenspielertrick, um mich gefügig zu machen Wie konnte ich nach so etwas Nein sagen, wenn sie mich um etwas bat? Also habe ich jetzt eine Aufgabe So etwas wie eine Kral-Suche Nur suche ich keinen Kral, sondern irgendein Gür Mein heiliger Kral heißt Hanna Gürgensuche Nicht... Okay Ich kann mich noch an das letzte Mal erinnern, als ich auszog, um jemanden Verschwundenes zu suchen Das ist gut gelaufen So etwa nicht Gut, dann wollen wir doch mal zu Nela gehen Und vor allem nicht hier an der Kante hängen bleiben So, wir müssen zum Sonnenschein-Blase Also in diese Richtung